Okay, Pfandbetrug. Eins, zwei, drei, okay, das ist was Längeres hier. Ja doch, von dem Pfandbetrug-Idee hab ich auch schon mal gehört. Da wollte er irgendwie so ein Seil dranbinden oder sowas. Das ist mein Backup-Plan. Ah ja. Das, und ich hab mir überlegt, man könnte ja bei einem Pfandautomaten, wenn du bei einem Pfandautomaten eine Flasche reinsteckst und dann wird die so weggepiept und dann greifst du schnell rein und ziehst sie wieder raus. Ach so, mit reingreifen. Dann kannst du die gleiche Flasche halt nochmal reinstecken. Guck mal, ich hab Plan B und Plan C. Ihr könnt mir gar nichts. Ihr könnt mir gar nichts. Sagt er auch immer im Podcast, Uwe. Er sagt, er überall, wo er hinkommt. Überall sagt er, ich hab ne Idee für Pfandbetrug. Die Technik hat der Mann demnach 5.000 Euro. Noch bevor er seinen Namen sagt, sagt er, ich hab ne Idee für Pfandbetrug. Na, kommt das wieder. ... gekostet. Sein ergaunerter Verdienst. 44.000 Euro. 362. 75 Euro. Ich stell mir auch so vor, wie der im Supermarkt auftaucht und dann einfach so. Piep. Packung Salami. Piep. Klopapier. Piep. Die Bunte. Piep. Coke Zero. Ja, das macht dann 4,68 Euro. Äh, ich hab ein Leergutbon. 44.000 Euro, 362. Äh, ktsch. Hier. Nehmen sie alles. Einfach, nehmen sie alles. Wie macht man das? Eine Bekannte von mir hat sich den Plastikpfandzettel an die Hand geklebt und die mehrmals hintereinander in den Automaten gehalten. Sind 5 Euro dabei rumgekommen. Der Plastikpfandzettel? Ach so, also quasi das hier abmachen von der Flasche und das um die Hand, oder wie? Ah ja, und das klappt so, sagt ihr. Was ist hier Pfand drauf? Als ob das geht, Fragezeichen. Es geht nicht mehr, warum? Maximal 3 Minuten. Ja, weil sonst beschweren sich die Leute hinter euch. Ich glaube, das geht nicht mehr. Ja, wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, oder? Wann war das mit den 5 Euro? Ne, ich kann da nicht mehr. Ich kann das nicht machen bei meinem Supermarkt. Da bin ich schon, da kann ich sowieso nicht mehr hin. Ich habe leider meinen Pin dreimal falsch eingegeben. Und dann musste ich das ganze Essen da stehen lassen und musste wieder nach Hause gehen. Da kann ich nie wieder hin. Seitdem lebe ich ohne Essen. Das war unangenehm. Das war unangenehm. Das ist nicht gelogen, nein. Eine Möhre kann man noch barbezahlen. Ich hatte leider kein Bargeld dabei in dem Moment. Immer Bargeld dabei haben, das stimmt. Habe ich seitdem auch. Aber zu dem Supermarkt kann ich nicht mehr hingehen. Da muss erst mal Gras drüber wachsen, über die Sache. Seitdem meine Karte nicht mehr ging, sehen die mich, also ich gehe nur noch dahin, um Pfand einzulösen. Das heißt, die sehen gar nicht mehr, wenn ich da einkaufe, sondern nur, wenn ich da mit meinen Pfandflaschen hinkomme. Die müssen denken, ich bin komplett arm jetzt. Scheiße, die ist komplett abgerutscht. Das ist dumm, ich kann die Pfandbonks ja dann auch nicht einlösen, weil ich da nie einkaufe. Das heißt, ich habe jetzt auch so sehr viele Pfandbonks jetzt. Ja, ich muss zumindest, bis die Verkäuferin, wo das passiert ist, bis die gekündigt hat oder so. Hoffentlich macht sie das bald. Ich gucke immer beim Pfand abgeben, gucke ich da rein, ob da noch welche sind, die mich kennen. Oder ich muss vielleicht mit einer Sonnenbrille und mit so einer Perücke und mit einer falschen Nase einkaufen. Oder mit so einem Bart. Waren sie nicht die mit der Karte? Was? Was? Nein, ich bin ein Herr. 44.000 Euro, 362. Nehmen sie alles. Nehmen sie alles. Wie macht man das am Ende? Das ist ja schon eine logistische Meisterleistung. Kriegst du dann 44.000 Euro? Jetzt sage ich ja, weil du bei Gaming Rocket. In so einem Pferdekostüm mit Flo und dir zusammen. Ja, so kann ich jetzt nur noch einkaufen gehen. Stell dir vor, du sitzt da an der Kasse und dann kommt da so ein Pferd und kauft sich eine einzelne Möhre. Ein anonymer Hinweis brachte die Ermittler auf eine Spur. Hat die Flasche geredet? Sag mir nicht, die Flasche hat geredet. Chef, ich brauche meine Auszeit. Ich brauche meine Auszeit. Okay, dann geh kurz raus. Ah klar, die Flasche raucht wieder, das ist ja klar. Ich kann es irgendwie weitermachen. Irgendwann fliegen wir auf. Da kommt so ein Auto vorbei. Ich muss mit Ihnen reden. Bitte, nehmen Sie mich mit. Ich bin seit Wochen schon in den Pfandbetrug mit involviert. Bitte. Nein, Sie dürfen nicht wegfahren. Nein, bitte nicht. Nein. Diese arme Flasche. Komm nicht raus. So, pass auf. Ein anonymer Hinweis brachte ich tausend Mal in den Automaten stecken. So, aber was ich jetzt auch vor Gericht sehen will, ist diese Flasche. Ich will, dass die Flasche vor Gericht im Zeugenstand steht. Und die ist so komplett abgewetzt und abgenutzt und gerade noch so lesbar. Und er sagt, diese Flasche hier, diese Flasche, haben Sie 177.000 Mal in den Automaten gesteckt. Ja, aber ich habe sie ja davor bewahrt, dass sie geschreddert wird. Aber ich wollte ihr ja nur helfen. Und er hat 77.000 Mal, schauen Sie die Flasche an. Und die Flasche so. Ich wusste nicht, was er da mit mir tut. Ich wusste nicht, warum ich das machen musste, den ganzen Tag. Dankeschön, bist du Foodie. Das lügt nicht. Du wusstest von Anfang an, was da passiert. Du bist mein Kompliz und du wusstest genau, was passiert. Ich habe diesen... Ich weiß nicht, weil ich weiß nicht. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ach, es ist... Es ist dramatisch. Ich habe ein Radio daneben gestellt. Und der... Was? Oh Mann. Stevie B, danke schön. Ich bin die aufgestürzte Frau mit der Sonnenbrille. Ja, ich finde natürlich andere Möglichkeiten, wie ich jetzt an meine Lebensmittel komme. Das ist ja jetzt so kein Problem. Es gibt ja nicht nur einen einzigen Markt. Rubin Nordbär, danke schön. Aber der eine Markt ist ja jetzt erst mal verbrannt. Stellt euch vor, ich gehe da mit so einem Schnauzer hin und mit so einer falschen Nase und dann gebe ich wieder die Pinnentreimer falsch ein. Moment, waren Sie das nicht? Letztens schon mal, wo wir alles wieder einräumen durften und sogar den abgefüllten Orangensaft, den man dann gar nicht mehr verkaufen kann? Nö, was? Nein, das muss meine Zwillingsschwester gewesen sein. Ja, im Supermarkt. Hört auf. Übrigens. Jetzt nach dem letzten Best-of. Wir hatten ja im letzten Best-of den Part drin wie so ein Pfandautomat gehackt wird. Und zufällig ist jetzt der Supermarkt gehackt worden. Hängt ein Riesenzettel an dem Pfandautomat. Sorry, Sie können keine Flaschen abgeben. Bösewichte haben versucht, uns zu betrügen und der Pfandautomat wurde gehackt. Ja, da gab es natürlich ein ernstes Gespräch, was ich da mal führen musste. War ja wohl offensichtlich, wer das jetzt war. Dunkle Mächte. Hab ich gesagt, ich weiß, was du da machst hast beim Supermarkt. Musste ich wieder zurückgehen mit meinen Flaschen. Ich hab leider kein Foto gemacht. Ich dachte dann auch, als ich wieder zurückgekommen bin. Ah, wie dumm. Weil da war noch so ewig lange Erklärung, warum der gehackt wurde und was weiß ich. Ich muss noch mal hin mit falscher Brille und Schnurrbart, ja. Ich weiß, was du letztens beim Lidl getan hast. Ja, ich hab mich nämlich letztens schon gewundert. Ich hab auf der Kommode so einen Pfandbaum gefunden mit 44.000 Euro drauf. Ich hab schon gedacht, wo kommt der denn her? Aber ist mir auch egal, nehme ich. Aber jetzt weiß ich natürlich, warum. Und irgendwo hinlegen. Okay, wann haben wir denn hier? Den Pfandautomaten-Hacker. Da seht ihr ihn. Das ist auch das Pfandfoto. Das Pfandungsfoto, was im Ediger gehangen hat. Also neben dem großen Zettel, Vorsicht, sie können keine Flaschen mehr eingeben. An das System wurde gehackt. In exakt dieses Foto hier. Haben sie diesen Mann gesehen? Ja. Da hat er jetzt natürlich Glück, dass er jetzt gerade im Urlaub ist. Das hat er gut getimt. Und dann hat er sich gut getimt hier. Und auch zufälligerweise ins Ausland geflohen, nachdem hier der Skandal beim Supermarkt war mit dem Pfandautomaten. Also ich sag mal so, die Hinweise verdichten sich. Also, das kann kein Zufall mehr sein. Ich glaube,